Hallo zusammen! Das Jahr 2020, ein verrücktes Jahr, geht heute zu Ende. Und wir als Liebevoll-Team möchten uns bei euch ganz herzlich dafür bedanken, dass ihr uns immer wieder unterstützt habt, dass ihr Ermutigungs-Mails geschrieben habt. Wir sind dankbar für euer Feedback. Und ja, die Holi 3 ist jetzt quasi vorbei. Aber das Projekt Liebevoll geht natürlich weiter im Jahr 2021. Und vielleicht fragt ihr euch schon, wie geht es denn konkret weiter? Im Januar können wir leider keinen Eheabend anbieten. Corona-bedingt war das ein bisschen schwierig. Aber ab Februar starten wir wieder voll durch. Immer am ersten Donnerstag im Monat geht es dann weiter. Wir versuchen im Jahr 2021 auch nochmal so ein bisschen mehr Varianz reinzubringen. Dass wir mal ein Interview einbauen, mal eine Talk-Runde zu einem bestimmten Thema. Vorträge mit Heinrich Derksen sind geplant. Und ich persönlich freue mich total darauf. Die Kurzvideos, die meine Frau und ich machen, die laufen natürlich weiter. Auch im Januar. Und ja, wir möchten uns wie gesagt bei euch an dieser Stelle ganz herzlich bedanken. Aber euch und euren Familien an dieser Stelle auch einen wirklich gesegneten Einstieg ins neue Jahr wünschen. Kommt gut rein und Gott sei mit euch.